Learn German with Anja! Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über Farben. Farben. This means colors. So, zum Beispiel, vor example, rot und grün und blau und gelb und weiß und schwarz und so weiter. Okay? Let's talk about colors. So, let's first have a look at all the colors. Lasst uns alle Farben anschauen. So, rot, 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 gelb, gelb, blau, blau, grün, grün, grün. schwarz, 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 weiß, 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 weiß. So, it's not like in English brown. No, it's brown, brown. Grau, grau. It starts the same way as grün. Grau, grau. Rosa, rosa. Lila, lila. Some people also like to say violette. Violette. And if you have rainbow colors, so our types of colors, then we say bunt, bunt, bunt. So, I hope I didn't forget any colors. If you have any questions, please write it in the comments, okay? Jetzt machen wir eine Übung. Now we do an exercise. Ich zeige dir verschiedene Gegenstände. I will show you different items. And you think about what color it is, okay? Ihr denkt darüber nach, welche Farbe das ist. So, welche Farbe hat der Regenschirm? Regenschirm means umbrella. Under my umbrella, Ella, unter meinem Regenschirm, Schirm, Schirm. So, welche Farbe hat dieser Regenschirm? Er ist blau. It is blue. So, we say er because it's der Regenschirm. So, der Regenschirm ist blau. Er ist blau. Welche Farbe hat mein Portemonnaie? My wallet. Welche Farbe hat mein Portemonnaie? Es ist rot. Es ist rot. Welche Farbe hat diese Flasche? It's kind of, it's not bad. I think maybe in the camera it's not that clear. It's supposed to be green, okay? Welche Farbe hat diese Flasche? Die Flasche ist grün. Sie ist grün. Welche Farbe hat dieser Schuh? Er ist weiß. Der Schuh ist weiß. Der Schuh ist weiß. Schwarz. Und das Letzte. Let me just go over here. Welche Farbe hat mein Minion? Hier, was ist das für eine Farbe? What color is it? What color is it? Das ist gelb. Gelb. Und welche Farbe ist das? Hier. Was für eine Farbe ist das? Das ist braun. Braun. Okay, sehr gut. Good job. Please let me know in the comments. Some things you have at home, you can just look around you right now. Du kannst dich einfach umsehen. Jetzt in diesem Moment. Und du schaust. Oh, das ist die Farbe. So, zum Beispiel. Mein Bett ist braun. My bed is brown. Oder mein Tisch ist gelb. My table is yellow. Or whatever, okay? Bitte schreibe es in die Kommentare. Und Dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. See you the next time. Ciao, ciao. Tschüss.